Um drei konkrete Belastungsfaktoren zu nennen, die quantitativen Anforderungen zum einen, der Zeitdruck, die Arbeitsmenge und das schnelle Arbeiten, dadurch sind Beschäftigte in Deutschland stark belastet. Als zweites würde ich das Thema Entgrenzung nennen, sprich das Verschwimmen von Grenzen im Hinblick auf Privatleben und Arbeit. Da steckt auch das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit drin. Und dann haben wir noch einen dritten Bereich, das sind die äußeren Belastungen, die Arbeitshaltung, aber vor allem auch lange Bildschirmarbeit ist eine starke Belastung für viele Beschäftigte. Repräsentismus spielt eine große Rolle in der Arbeitswelt, wie die Studie auch gezeigt hat, dass Leute krank oder leistungseingeschränkt zur Arbeit gehen, ist ein Phänomen, das es durchaus gibt. Und dort ist es wichtig, dass auch Arbeitgeber darauf achten, dass eine Kultur herrscht, die es mir als Beschäftigten ermöglicht, auch wirklich zu Hause zu bleiben und nicht Angst haben zu müssen vor Konsequenzen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sind wir aber auch als Beschäftigte gefordert, wenn wir krank sind, dann auch nicht an den Arbeitsplatz zu gehen, um irgendwie Krankheiten zu verschleppen oder andere anzustecken oder mehr Fehler zu machen. Denn die Kosten, die durch Präsentismus entstehen, sind absolut betrachtet sogar höher als durch das Fernbleiben am Arbeitsplatz. Und ein ganz spannendes Thema ist auch noch das Thema Präsentismus im Homeoffice, dem man sich jetzt immer mehr auch widmen muss. Denn wir arbeiten sehr häufig auch leistungseingeschränkt im Homeoffice, was nicht unbedingt immer das Richtige ist. Was Organisationen daraus lernen können aus der Studie? Vielleicht drei Dinge ganz kurz. Zuzuhören, eng dran zu sein an den Beschäftigten. Das kann man über Pulsbefragungen machen, über Workshops, sie zu Wort kommen lassen, das Wort ernst nehmen. Das ist so das Erste, was ich sagen würde. Das Zweite ist das Thema Führung, Führungskräfte. Die wollen auch qualifiziert werden, die wollen unterstützt werden, dort auch zu investieren, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und vor allem auch das Thema Führung auf Distanz, über die Distanz im Blick zu haben. Denn Führungskräfte müssen immer mehr aus dem Homeoffice ihre Teams führen. Und das letzte Thema ist New Work, also so Maßnahmen im Zuge des Wandels, des digitalen Wandels auch in den Blick zu nehmen. Flachere Hierarchien, agile Projektarbeit zum Beispiel oder dass ich von überall aus arbeiten kann. Das sind wichtige Themen. Aber da bitte ich auch wirklich den wissenschaftlichen Forschungsstand zu beachten, nicht alles einfach zu übernehmen, was da draußen gerade so ein bisschen Trend ist, sondern kritisch zu fragen, ist das das Richtige für meine Organisation?